Ihr Unternehmen nutzt die Cloud intensiver? Gute Idee. Vielleicht müssen Sie jetzt aber eine viel komplexere Umgebung verwalten und sichern. Schon eine einzige Fehlkonfiguration kann dazu führen, dass jeder in der Cloud auf ihre vertraulichen Daten zugreifen kann. Doch wer kann jede Konfiguration in jedem Cloud-Konto doppelt und dreifach prüfen, wenn die Sicherheitsteams ohnehin schon überlastet sind? Die meisten von uns haben schlicht keine Zeit dafür und der Erfolg ist nicht einmal sicher. Bis zu 95 Prozent der Datenlinks in der Cloud sind auf menschliche Fehler zurückzuführen. Angreifer lauern regelrecht auf Fehlkonfigurationen und spüren sie mit Suchmaschinen auf, um sie sofort auszunutzen. Daher kann jede Unachtsamkeit bei der Auswahl der Cloud-Einstellungen erhebliche Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Risiken zur Folge haben. Hier setzt der Tripwire Configuration Manager an. Eine Sales-Lösung, mit der Sie Ihre Cloud-Umgebung in nur fünf Minuten schützen können. Der Tripwire Configuration Manager ist eine automatisierte Lösung zur Bewertung von Konfigurationen in der Cloud, mit der Sie menschliche Fehler vermeiden und, wenn Sie wollen, die Richtliniendurchsetzung automatisieren können. Wenn eine Konfigurationsänderung die Sicherheit schwächt und Ihren Richtlinien widerspricht, kann Tripwire Sie automatisch zu einer sicheren Konfiguration zurücksetzen. Auch wenn Sie diese Option nicht aktivieren, hilft Tripwire Ihrem Team, die größten Risiken zuerst anzugehen. Der Tripwire Configuration Manager berechnet für jede gefundene, richtlinienwidrige Konfiguration das resultierende Risiko, damit Sie Ihre Korrekturen in der optimalen Reihenfolge vornehmen können. Zudem reduziert die Lösung die Komplexität bei der Verwaltung von Clouds verschiedener Anbieter. Der Tripwire Configuration Manager fungiert dabei als zentrale Konsole und einheitliches Toolset mit einer integrierten Übersicht und cloudübergreifenden Workflows. Sie wollen schnell loslegen? Schon nach Ihrem ersten Scan sind Sie im Bild. Sie wissen also nach nur fünf Minuten, wo Sie anfangen sollten. Weitere Informationen und eine kostenlose Testversion finden Sie unter www.tripwire.com.